Okay, Achtung Freunde, bereitet euch auf die heutige Folge vor und übt schon mal folgende Geste. So, sind alle aufgewärmt? Dann kann's ja jetzt auch losgehen. Hallo alle Ladies and Gentle Nerds, geil, dass ihr wieder dabei seid. In Massachusetts. In Massachusetts, in den USA, steht eine junge Dame vor Gericht wegen einem ganz spezial gelagerten Sonderfall. Drei Fragezeichen, paar mitten Händelt, danke. Die junge Dame namens Carter muss sich für den Tod ihres Freundes Roy verantworten. Sie hat ihn allerdings niemals angefasst, war nicht mal am selben Ort und trotzdem ist sich die Anklage sicher. Dieser Fall ist absolut bizarr und irgendwo auf einer sehr, sehr kleinen, widerlichen, menschlichen Ebene auch pervers. Denn Carter hat ihren Freund Roy zum Selbstmord angestiftet, förmlich dazu getrieben. Roy hatte offensichtlich Probleme, hat sich mit dem Gedanken, Selbstmord zu begehen, beschäftigt. Und seine Freundin, no fucking way, hat ihm in hunderten Textnachrichten, die allesamt dem Gericht vorliegen, dazu bestärkt, es endlich durchzuziehen. Mach es einfach, tu es jetzt oder nie, bring dich endlich um, bring es zu Ende, schrieb sie ihm immer wieder. Und selbst seine Hilfeschreie, dass er erklärt hat, er traut sich nicht, es ist nicht der Zeitpunkt, er kann seine Familie doch nicht so sehr im Stich lassen und verletzen. All diese Bedenken wurden von der jungen Frau gegriffen und zerschmettert. Sie bestärkte ihn weiter, sie würde auf seine Familie aufpassen, sie wären niemals alleine, sie würde es seiner Familie erklären. Er muss es sich einfach endlich trauen. Jetzt könnte man denken, die Alde hat so psychischen Schuss, dass sie einfach überhaupt nicht weiß, was sie tut. Allerdings gibt es auch Textnachrichten, die eindeutig belegen, dass das nicht der Fall ist, denn sie schrieb ihm immer wieder, bitte löscht deinen Chatverlauf, hast du die Nachrichten gelöscht. Und das ist kalt und berechenbar, diese Person ist einfach nur böse. Das ist schlimmer als in jedem fucking Psychothriller, wo du dir denkst, alter Falter ist der krank, zum Glück ist kein Mensch auf der Welt so böse. Außer die Alde. Ihr merkt schon, das ist wirklich ein besonderer Fall, denn wie bewertet man sowas? Mord oder Totschlag oder Beihilfe zum Mord? Denn wie extrem dieser Fall ist, zeigt sich in den letzten Nachrichten. Roy wollte sich mit Kohlenmonoxid vergiften, stieg also ins Auto ein, leitete die Abgase ins Innere und ist erstickt. Zwischendurch hat er Panik bekommen, ist ausgestiegen, hat sich nochmal an Carter gewandt. Er könne es einfach nicht und wie schlimm es wäre. Und selbst in diesem Moment, wo sie von ihm erfährt, dass er sich jetzt in dem Augenblick das Leben nehmen will, haut sie weiter drauf und sagt, tu es. Scheiße, sie hätte dem verdammten Axt auch nochmal ein Scheierla-Boeff-Meme hinterher schicken können. Just do it! Macabra geht ja der Scheiß wohl nicht. Und deswegen ist die Debatte jetzt groß. Wie würdet ihr das bewerten? Ist sowas eindeutig Mord? Oder vielleicht doch nur unterlassene Hilfeleistung? Eure Meinung dazu auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin mega gespannt. Und was mir persönlich noch wichtig ist, kurz zu erwähnen. Wenn ihr einsam seid, euch alleine fühlt, irgendwie nicht mehr könnt oder weiter wisst. Leute, ihr steht damit auf keinen Fall alleine da. Das muss euch bewusst sein. Es gibt Hilfe, die könnt ihr euch holen. Völlig egal, wie alt ihr seid. Ich habe in der Videobeschreibung mal ein paar Telefonnummern verlinkt von Leuten und Organisationen, die euch dabei wirklich helfen und unterstützen können. Baut keinen Scheiß. Das Leben ist kostbar und es ist nie zu Ende. Denn nach jeder fucking Talfahrt muss es wieder bergauf gehen. Das ist einfache Physik oder Geografie. Oder sucht euch was aus. Auf jeden Fall kann es nicht immer scheiße bleiben. Also ne, tut mir den Gefallen. Hält euch da auch gegenseitig. Wer sich vor dem Intro noch nicht richtig aufgewärmt hat, das muss weiter gehen. Eins. Zwei. Immer schön üben. Denn nach so einer Nachricht müssen wir uns mal ein bisschen auflockern und wie geht das am besten durch vernünftigen Sport. Eine Kita in New Jersey ist jetzt aufgeflogen, weil sie einen sogenannten Toddlers Fight Club gegründet hat. Und ja, es klingt genau nach dem, was es ist. Sie haben drei bis sechs Jahre alte Kleinkinder gegeneinander antreten lassen, diese gezwungen, sich vor Ort zu verprügeln. Aktuell wird noch ermittelt, wie weit verstrickt dieses Netzwerk tatsächlich war. Die ersten Spekulationen über Wettgeschäfte werden laut. Und der Schäfer hat, what the fuck ist falsch mit denen, Junge? Was im ersten Moment irgendwie absurd und auch, ey, ohne Scheiß, sorry, echt lustig klingt. So ein Ring oder Kleinkinder, der sich gegenseitig zerfleischend ist halt das Problem, dass das echt schweinegefährlich sein kann. Und diese Kita-Betreuer verdammte Axt nochmal die Aufgabe hatten, auf Schutzbefohlene aufzupassen. Aufgeflogen ist das Ganze tatsächlich dank Snapchat. Denn dort wurden die Kämpfe immer wieder geteilt und vor allem immer berühmter, bis endlich mal jemand was gesagt hat. Und da muss ich auch an die Erzieherinnen, die das Ganze veranstaltet haben, sagen, hey, ihr habt Rule number one gebrochen. Man redet nicht über den Fight Club. Also selber schulden. Ohne Scheiß, sorry. Was haltet ihr davon? Ohne Scheiß, habt ihr Kinder? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr mitkriegt, dass euer Kind in so einen Fight Club gezwungen wird? Ich weiß, total absurder Gedanke. Aber vielleicht könnt ihr euch ja da irgendwie reinfuchsen. Schreibt mir mal, was ihr davon halten würdet. Nächstes Thema mit der politischen, so unkorrekt wie möglichen Überleitungen. Es geht ums Selfie-Schießen. Überhaupt nicht okay, denn es hat sich tatsächlich jemand beim Selfie-Schießen erschossen. Ich bin ein schlechter Mensch. Ein Teenager aus Houston ist vor kurzem gestorben, da er mit seinem Kumpel auf dem Grundstück seiner Eltern eine geladene Waffe fand. Klar, Texas. Warum auch nicht? Die beiden Jungen fingen an, mit der Waffe zu posen und damit fettegeile Gangster-Shit-Instagram-Bilder zu machen. Leider war das technische Verständnis für Handfeuerwaffen bei einem Teenager offensichtlich noch nicht allzu ausgeprägt. Bloß gut lässt man die Scheiße dann überall rumliegen. Und deshalb, ich kann es mir einfach nicht anders erklären, kam er auf die großartige Deal, sich eine Waffe für ein Selfie an den Kopf zu halten. Dabei löste sich dann auch der tödliche Schuss. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, der Typ ist ein Top-Anwärter auf den Darwin Award des Jahres. Was allerdings ein klein wenig pietätlos wäre, wie ich an dieser Stelle ansagen möchte. Und ich muss in diesem Falle ganz ehrlich sagen, dass ich die Schuld und die Verantwortung ganz klar bei den Eltern sehe. Vielleicht seht ihr das ja anders, aber wenn ich der Meinung bin, in einem Staat wie Texas ständig Waffen überall rumliegen zu lassen, Hauptsache ich besitze welche, dann muss ich mit so einer Scheiße rechnen. Aber bloß gut hatte ich die Knarre, um meine Familie zu schützen. Hat in diesem Fall ja mal richtig gut geklappt. Vielleicht denkt ja irgendwann mal einer drüber nach. Aber wahrscheinlich nicht. Auch meine Videos ja auf fucking Deutsch. Ach! Hallo, Ladies and Gentlemen, schön war es gewesen, wenn es euch auch gefallen hat. Oh, ihr Bock auf mehr habt, dann könnt ihr abonnieren und Daumen hochklicken, weil Däumchen wären Träumchen, hilft mir sehr und freut mich wahnsinnig. Ganz kurz einmal klick. Gut, danke. Ne, und falls ihr da noch Bock habt auf weitere Videos, ist da so Let's Play-Gekröse, wo wir uns gegenseitig anschreien, beleidigen und töten. Dort habt ihr den Gaming-Channel Dr. Freud erst heute ein neues Ranking erschienen. Das könnt ihr euch mal reinziehen. Es geht um unsere Lieblings-Top-10-Horror-Games. Mega gruselichen Shit. Und in der Videobeschreibung habt ihr sämtliche Links, die irgendwie interessant sein könnten. Ist auch lustig, ne? Dass Links Unten sind. Also nicht Links Unten, sondern es sind die Links Unten. Ist okay. Ja, ja. Ist okay, ich seh's ein. So, The Floyd Army Commando. Tito Hook, das war mir eine Riesen-Ehre, dass ihr wieder dabei wart. Und jetzt ein Community I-5, das ich sehen lassen kann. In 3, 2, 1. Bam! Bço. Okay. Vielen Dank.